Gut, da sind wir dann auch schon wieder, nach dem Anruf eben. Das ist mein leerer Raum hier. Ist so verdächtig. Hm. Ha, ha, ha. Hm. Hm, hm, hm. Was, so? Okay, das hier am Rand ist... Ach Gott, komm. Sowas hatten wir doch schon mal. Nur leichter. Oh, hm, hm, hm. Schön. Also den... Hä? Mein Freund, ich war noch gar nicht im anderen Raum. Den Anfang kann man austricksen, weil man sich nämlich da noch links sieht. Und dann muss man gucken. Ich glaube nicht, dass das... So schwer ist. Irgendwie. Aber es ist auf jeden Fall machbarer als der Scheiß gerade. Und den Scheiß gerade hab ich ausgeschafft. Und von daher... Denk ich mal... Heile ich mal, ey. Hier. Das ist... Hm. Die... Es sind relativ lange und schwierige Passagen in dieser Welt. Habe ich zumindest so das Gefühl. Okay. Da sollte ich eventuell ein wenig warten. Schön. Bis ich so zumindest so ansatzweise sehe, wo ich überhaupt hin muss. Ähm... 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 Ja, jetzt kann man nicht rechts oder sehen. Ich wollte gerade sagen, ey. Wenn das jetzt hier weitergeht. So, das war jetzt relativ... Was zur Hölle. Was zur Hölle. Ha. Darum geht's auch irgendwie lang. Ha. Ha. Ach so. Und wer kennt ihn nicht? Oh, das ist so geil hier. Ehrlich. Passend zu... Nein, eigentlich nicht passend, aber passend zu da, wo er sagt, kommt Grafzahn. Von Herr Sesamstraße. Yay. Der... Kandidat... springt genau da, wo ich bin. Das heißt... Man muss sich hier so ein bisschen... So, wie ging der Sprung jetzt nochmal? Ja. Das Lachen von dem ist einfach geil. Ich lass das gleich mal durchlaufen. Da muss man nämlich... Ach, scheiße, ich wollte auch durchlaufen lassen, Mann. Ähm... Ich muss mal gucken. Oh. Ach, Mann. Ich verpenne das immer. Na, komm, wenn du mal nicht loskommst. Kann ich dich ab? Ich kann dich hin. Ich kann dich nicht abschießen. Er ist lila. Er zählt immer... Irgendwas. Er zählt immer ganz tolle Sachen. Immer so. Aber da war ne Schatz. Ich weiß auch, wie man an die Rand kommt. Glaube ich zumindest zu wissen. Oh. Knapp. Okay. Okay. Ähm... Oh, schatz. Scheiße. Ich will das Lachen machen. Jetzt wollen wir das vollständige Lachen. Grafzahl ist... Zumindest logisch. Er ist einfach nur... Logisch. Er bleibt immer... Immer... Stur... Überallem drüber. Und... Ja gut. Dann ist es halt so ein bisschen... Timing-Sache. Dass man immer genau dann springt, wenn er sich gerade abstößt zum Sprung. Ja, und der Rest... Und jetzt weiß ich nicht mehr weiter. Ah, bleibt stehen. Auch schon. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Hast wohl ausgelacht. Ah, ah. Ist doch nicht meine. Ja. Ich wusste es. Aber das ist viel zu frei der Raum irgendwie. Ich hab Angst. Ich hab Angst. Vor dem Secret. Aber es führt halt genau zum Secret, wie man jetzt hier sieht. Es war das, wo wir angefangen haben. Ich weiß gar nicht, wo kommt man jetzt da so hoch? Ich weiß gar nicht, wo kommt man jetzt da so hoch? Nee, kommt man nicht. Aber wir folgen, ja, hier. Der schön Blockspur und da Graf Zahl ja jetzt das Zeitliche gesegnet hat, können wir einfach lang. Machen wir hopp, die hopp. Und dann sind wir auch schon mal im Secret. Da, 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 da. Jetzt bin ich gespannt. Hamster CD. Okay, probieren wir aus. Oh nein. Oh nein. ja dann hat man dann hat man die aber egal dann haben wir darauf ist das auch dann werden Prozent hier das ist auch CD von auch wie heißt er noch viola das Horror etwas von Horror XY auf jeden Fall daher ist das das ist so schön dass das ist das ist wirklich noch mal ein das ist wunderbar im Gegensatz zu Ketzi die Kürze die das ist aber geil rom rock kraft zahlt auf doppelt oh deg mit dem schönen ves in dem gewissen sich Kraftzahlen nicht noch einmal machen muss das gleiche ja aber der letzte Sprung das ist der einzig gemeine kreis das Kind einfach das bietet hier ein bisschen schneller gemacht ein bisschen gespeedet auf gut englisch nein das war freundlich ein 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 der war wirklich immer mal bekitzt der letzter Sprung ich hab das Lachen durchlaufen lassen das Lied ist so geil nam 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 ja mein Mikro war verrutscht ok da hat man das Lachen jetzt mal gehört ich liebe dich Kraftzahl wer hat meine Frau scheiße vergesst die Blocks oben du hast schon mein Mikro immer so dämlich mhm ok komm ich weiß gar nicht was Graf Zahl wieder Böses gemacht hat das ist ein kleines Männchen für kleine Kinder kleine Kinder werden hier immer wieder absolut verstreckt so so aber ein stiller scheiße ah ja da haben wir es doch gedacht BOMM in your face so so wie ist es äh ha kleines blaue Teil mhm oh da geht mir ein die Schauer ehrlich jedes Mal wenn die kacke hier kommt aber dann weiß ich jetzt auch wofür das blaue Teil ist nein und ich weiß dann habe ich auch wie es dann war blaue Teil geschluckt ich weiß nämlich dann auch nicht weiter geht da fick dich nein boah ich hab heute richtig Bock ich meine mein Internet beziehungsweise mein Router ist ja im Arsch aber aber ich meine aufnehmen kann es ja trotzdem und ja ne nein 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 okay ich bin du bist jetzt nicht so fertig du musst nur wissen wie man kleine Sprünge macht ja und jetzt müssen wir uns ganz ganz schnell beeilen weil oh meine Güte es war so klar oh Gott ich hab mich so erschreckt ah ich war es ja nicht ich war es ja echt nicht Moment mal hier oh hab ich mich hinten aha wir haben anscheinend irgendwie wieder die Umgebung gewechselt boah ich hab mich so erschreckt bei der Spinnung gehabt was bist du denn da oben weißt keiner ok weiß niemand wer du bist will auch keiner wissen glaube ich so es gibt hier viele Varianten wie man vorgehen kann glaube ich und auch viele wo ein Secret versteckt sein könnte ok ich mach eben mal die Musik weg oh die Musik soll nicht schlecht die Musik gefällt mir auch noch die gefällt mir auch noch sehr gut ok ja das nochmal so was ist hier oben nichts und dann halt nichts ich glaube NEIN Stachel herrlich ich glaube die Wächter darfst du nicht irgendwie aufmerksam auf dich machen weil sonst bist du Matsch weil sonst bist du Matsch ja genau wenn sie Fragezeichen machen ist muss sie schon aufpassen ist hier oben irgendwo was ich kann ja mal dem was ja genau das passiert wenn man sie aufmerksam auf einen macht so da muss man bestimmt auch in die kleine Pistole rein aber ja da muss man auch in die kleine Pistole rein aber ja da muss man auch in die kleine Pistole rein vorbei Wächterheim oh ist so Musik geil Alter das ist also umsieglich kommen wir hier grad zum Höhe haaah Stachel eigentlich kann man so ein Stachel mit einem einzigen Sprung überspringen so zum Beispiel das habe ich schon mal also das 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 weiß man einfach wenn man das nicht weiß ist das ein Problem wow muss dann die Lücke oben reinkommen tschalala jetzt wäre die nicht schon so klein genug haha das auch gleich zweimal hintereinander das ist ja noch nicht ändern aber noch lieber Kind dann ist noch nicht ändern bla 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 ja 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 Gott dämme ich hab grad richtig Bock auf zu nehmen aber so richtig hat auch mal Fakir gesagt doch komisch ja ok da muss ich nämlich jetzt ja nicht dauern ah das ist halt, das ist ein super sprung ja das sind so Präzisionssprung oder ne aus cool jump jump for life mmm hm auch er hat das ist so der man sich in der Krise der Doppelsprung der Pasta nicht mehr bach das ist das das ist das haha das ist nicht gut haha das ist das ist